So ein warmer Tee ist einfach was Gutes. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video, zu einem Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, Periode, Menstruation. Ja, ich will einfach ein bisschen meine Story dahinter teilen, weil ich eine krasse Geschichte habe, was Periode angeht. Und ich hatte wirklich zehn Jahre lang, Alter, das ist so krass, wenn ich jetzt darüber nachdenke, keine natürliche Periode. Ich finde, es ist ein Thema, wo wir auf jeden Fall offener drüber reden sollten, wo wir mehr unsere Story, unsere Erfahrungen teilen sollten und uns gegenseitig wirklich auch ermutigen sollten, da einfach offener drüber zu reden. Also sind immerhin einfach die Hälfte der Menschheit, die menstruiert. Ich finde es so krass, dass es immer noch so ein Thema ist, worüber nicht viel geredet wird, was man irgendwie so verstecken sollte. Ja, deshalb will ich einfach meine Story ein bisschen teilen und auch einfach Tipps und Tricks, die ich jeder Frau ans Herzen legen kann, die ihre Periode nicht hat oder unregelmäßig oder einfach auch viel Schmerzen hat während der Menstruation. Genau, ich habe da viele Tipps und Tricks angewendet und auf diesem Weg dahin, dass ich meine Periode ganz natürlich wiederbekommen habe und ja, das ist jetzt seit einem Jahr, dass ich perfekt jeden Monat ganz regelmäßig meine Tage wieder habe, was mega schön ist. Und es war echt ein langer, harter, steiniger Weg dahin. Und es war so, dass ich sieben Jahre lang die Pille genommen habe und ich habe sie durchgenommen. Das war so, dass ich 15 war und ich hatte eine sehr starke Periode, sehr starke Schmerzen und dann war ich bei der Frauenärztin und ja, dann war es halt direkt so, nehmen Sie doch die Pille, dann kriegen Sie auch schönere Haut und schöne Haare und keine Schmerzen mehr. Und ja, ist ja alles super. Dann habe ich die Pille genommen, weil die hat es mir halt empfohlen, hat sich eigentlich alles sehr gut angehört und ich habe mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Und dann war das so, dass ich dann trotzdem noch so Schmerzen hatte und dann hat sie gesagt, ach, nehmen Sie die Pille einfach durch und dann haben Sie einfach gar nicht mehr ihre Tage, aber es ist kein Problem und dann ist das Problem aus der Welt sozusagen. Und dann habe ich wirklich sieben Jahre lang einfach die Pille immer durchgenommen, also gar nicht menstruiert. Ach, ja, das ist echt krass. Und mir wirklich keine Gedanken darüber gemacht und es war halt eigentlich voll entspannt, weil ich alles immer machen konnte so, ne, man fühlt sich gut, man hat halt die künstlichen Hormone. Ja, aber es hat jetzt keine schlechten Auswirkungen so direkt auf mich gehabt und dann habe ich irgendwie angefangen, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Pille, Pille absetzen, Nebenwirkungen der Pille. Da war es dann für mich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, und Simon, also mein Mann, der hat mich sehr ermutigt, da wirklich auch dran zu gehen und die Pille abzusetzen und auch wenn man daran denkt, dass man irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht irgendwann Kinder haben will oder so. Ja, generell war bei mir einfach sehr der Wunsch da, zu diesem Natürlichen zurückzukehren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze die Pille ab und gucke mal, was passiert. Ja, und dann sind halt meine Tage erstmal nicht wiedergekommen. Und da war ich bei der Frauenärztin auch und habe mit ihr darüber gesprochen und dann wurde auch ein Hormontest gemacht, da war ein Östrogenmangel. Also das würde ich auch jeder Frau empfehlen, erstmal einfach die Hormone auch checken zu lassen, zu gucken, was los ist, wenn man seine Tage nicht hat. Bei mir war das dann so, dass sie eben meinte, die einzige Möglichkeit wäre, wieder die Pille zu nehmen, damit ich wieder meine Tage irgendwie bekommen würde, was für mich keinen Sinn gemacht hat. Und ich wollte ja ohne Hormone leben, ohne künstliche Hormone. Dann meinte sie nur noch so zu mir, ja, verklagen Sie mich dann später nicht, wenn Ihre Knochen alle brechen wegen dem Östrogenmangel, weil sich das ja negativ auf die Knochendichte auswirkt. Okay, dann war es für mich so, ja, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, habe mich dann auch irgendwie keine Kraft gehabt, so damit zu beschäftigen. Dachte so, ja, die Periode wird schon natürlich irgendwie wiederkommen. Und nach zwei Jahren war sie immer noch nicht da und da war für mich dann wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es reicht, ich muss was tun. Keine Ahnung, was einfach das Problem ist, zu schauen und die Sache wirklich anzugehen und meine Periode wiederzukriegen, meine Menstruation. Ich habe schon gemerkt, also ich hatte sehr viel zum Beispiel Haarausfall gehabt, so nachdem ich die Pille abgesetzt habe, Stimmungsschwankungen, eine Unruhe. Also irgendwie schon so Symptome, die ich nach dem Absetzen gespürt habe. Aber ja, genau. Und da habe ich dann wirklich angefangen zu sagen, okay, ich suche mir einen Frauenarzt, eine Frauenärztin, die sich damit auskennt, die mich bei dem natürlichen Weg unterstützt. Ich suche mir eine Heilpraktikerin, gehe das nochmal irgendwie an und auch eben verschiedene natürliche Dinge mit Kräutern, Lebensstil und so weiter, wo ich wirklich gesagt habe, ich will das jetzt angehen. Und das Krasse war, das fand ich jetzt einfach nur krass, weil ich habe angefangen, dann wirklich auch dafür zu beten und mir einfach auch vorzustellen, hey, wie ist es, wenn ich wieder meine Tage hätte? Ich habe angefangen, Bücher zu lesen, zu recherchieren und so weiter. Und das war krass, weil ich hatte dann voll krass den Eindruck einmal, wo ich so dafür gebetet habe, dass es dieses Jahr, also es war letztes Jahr, 2021, dass meine Periode wiederkommen wird dieses Jahr. Und voll so eine Zusage, wie so eine innere Stimme, einfach so eine Gewissheit ist, sie werden wiederkommen, sie werden wiederkommen, ganz natürlich. Und das ist für eine Frau, ja, das ist einfach nicht cool, wenn man seine Tage nicht hat. Da ist einfach was nicht in Ordnung im Körper. Es ist was nicht gesund. Der Körper sagt, du bist nicht in der Lage, ein Kind zu, du könntest jetzt kein Kind bekommen, kein Kind versorgen, dein Körper kann das nicht, warum auch immer. Und dann war es Weihnachten schon. Und ich habe zu Simon gesagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Also Weihnachten vor einem Jahr, sie kommen nicht wieder, was ist mit mir los, warum? Und keine Ahnung, ich war sehr verzweifelt. Und ich weiß noch, dann hat Simon zu mir gesagt, Luisa, du hast noch vier Tage Vertrau jetzt und glaub da dran, dass sie wiederkommen. Und ich glaube, er hat in dem Moment selber gar nicht mehr dran geglaubt. Aber dann ist tatsächlich ein Tag vor Silvester, waren sie einfach da. Und das war so krass, weil es einfach zehn Jahre waren. Also für mich, das war einfach nur krass. Und jetzt sind sie seit einem Jahr wieder da und es ist einfach schön. Und ja, ich will einfach teilen, was ich getan habe. Genau, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, wie, was ich getan habe. Ich würde sagen, ich habe eigentlich ein Jahr investiert, dann so das letzte Jahr davor, wirklich zu sagen, jetzt gucke ich und tue alles irgendwie dafür, dass sie wiederkommen. Und ja, wenn du auch einfach auf diesem Weg bist, dann kann ich dir diese Punkte so ans Herz legen. Ich sehe ermutigen, das anzugehen. Genau, was ich getan habe, war als allererstes eben einfach mal so einen Plan gemacht. Also mir überlegt, okay, was will ich konkret tun? Wie will ich es angehen? Ich habe ganz viel gelesen, Podcast gehört, recherchiert, mir Bücher gekauft, eine neue Frauenärztin gesucht. Genau, ich bin dann auch zur Heilpraktikerin, die mich auch homöopathisch dann unterstützt hat, ganzheitlich geguckt. Wirklich auch diese Intention zu setzen. Ich will meine Periode wiederbekommen und ich gehe das an. Ja, Hormone checken lassen. Ja, einfach eine Aufklärung da zu haben und auch die Ursache festzustellen und zu einer guten Frauenärztin zu gehen, die eben einen größeren Hormontest auch macht und guckt, wo ist ein Mangel. Genau, und bei mir war es so, dass da eben rauskam, dass ich so eine hypothalamische Aminorö, also es ist auch so eine Postpill-Aminorö und hypothalamische, also hypothalamus ist im Gehirn. Das heißt, unsere Hormone, die in den Eierstöcken gebildet werden, werden eigentlich, kommt vom Gehirn aus, so habe ich das verstanden, also von der Hypophise, Amygdala und Hypothalamus. Die Drüsen, praktisch die Hormondrüsen im Gehirn, die bilden die Hormone, die sich dann auf die Eierstöcke und auf unsere Fruchtbarkeit auswirken. Deswegen ist eigentlich alles hier oben. Und genau, bei mir war das eben so, dass ich ganz viele Stresshormone hatte und der Rohkortisol, also das lässt das einfach nicht zu, dass der Körper dann irgendwie noch was übrig hat dafür, um die Polykle-stimulierenden und Eisprung auslösenden Hormone zu bilden. Und das ist halt krass, weil so findet man halt auch die Ursache raus. Und wenn man weiß, boah, krass, das hängt mit Stress zusammen, wenn man das schon mal weiß, dann kann man auch ganz anders da dran gehen. Und das war für mich halt auch voll gut, dass ich da eine gute Frauenärztin hatte, die mir da geholfen hat und die mich da echt so aufgeklärt hat. Genau, dann wusste ich das und dann konnte ich auch besser darauf eingehen. Ja, ein Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall Ernährung. Also da war bei mir dann auch in diesem Jahr, wo ich gesagt habe, ist das alles erlaubt. Also ich habe mich davor sehr vegetarisch-vegan ernährt. Und dann habe ich gesagt, also ist das jetzt alles erlaubt. Wieder viel Milchprodukt, mehr Milchprodukte. Natürlich immer Bio, gute Qualität und jetzt nicht in Massen. Aber mehr auf jeden Fall gegessen, guter Käse, viel Fisch. So, auch so viel, wie ich wollte. Also ich habe mir gar keinen, weil auch das ist wieder Stress für den Körper, wenn zum Beispiel irgendwie Nährstoffe fehlen oder man vielleicht auch zu wenig zu sich nimmt. Und dann einfach zu sagen, es ist alles erlaubt, so viel, wie man will. Und einfach sich dann nicht noch mit zu stressen mit dem, was man isst oder nicht isst. Weil das ist einfach auch für Körper und Geist ein Stressfaktor. Und ich habe ein bisschen darauf geachtet, so Phytoöstrogene in der Nahrung zu haben. Weil das Östrogen löst unseren Eisprung aus und ich hatte keinen Eisprung. Genau, habe ich auf Phytoöstrogene geachtet. Und ich habe wirklich in Massen, also wirklich Massen, Kakao gegessen, Schokolade, Rohkakao. Also wirklich in Massen. Ich glaube, ich habe da echt, also das war echt nicht normal. Und jetzt auch immer noch, aber in der Zeit war es echt krass. Aber ich glaube, wenn wir in unseren Körper reinhören, er sagt uns auch schon, auf was wir Lust haben oder was wir auch brauchen. Und ich hatte einfach so Bock auf Kakao, so Bock auf Kakao. Cashews und Bananen. In diesen, also das sind ja auch Glückshormone, Serotonin, keine Ahnung. Aber ich habe so viel Schokolade, dunkle Schokolade, Bananen, Cashews. Tofu hatte ich auch richtig Bock drauf. Und das habe ich einfach wirklich, also so viel gegessen, wie ich einfach Bock hatte. Ein wichtiger Punkt, der auch noch dazu kommt, ist weniger intensiver Sport. Ich glaube, das ist auch so ein Tipp, den man immer wieder hört. Und zwar eben kein krasses High-Intensity-Training. Nicht jeden Tag krassen Sport. Und wenn man gerade sehr diszipliniert ist, wenn es einem auch sehr Spaß macht, dazu sagen, ey, ich schraube ein bisschen zurück. Weil auch das ist wieder schon jedes Mal auch Stress für den Körper, körperlicher Stress. Und man kann ja gut in die Bewegung gehen, aber es darf vielleicht etwas sanfter sein, wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat oder gar keinen Zyklus. Und da war es bei mir so, dass ich dann sehr viel Yoga gemacht habe. Genau, sehr viel Spazieren gegangen, sehr viel Schwimmen. Und sanfte Sachen einfach, die den Körper nicht so krass stressen. Als nächstes der Lebensstil und Stressmanagement. Also ich finde, das ist eigentlich so der aller, aller wichtigste Punkt. Wirklich den Lebensstil anzupassen, Stress zu minimieren und wirklich ganzheitlich zu schauen, hey, was sind vielleicht Techniken, die ich erlernen kann, um meinen Stresslevel runterzukriegen. Hey, was ist mit Yoga? Vielleicht erlerne ich eine Meditationstechnik, autogenes Training, Achtsamkeit, progressive Muskelentspannung. Also zu schauen, was passt für dich, um einfach mehr Entspannung, mehr Ruhe ins Leben zu bekommen. Und auch einfach wirklich langsamer zu leben. Also wir haben einen sehr schnellen, sehr hektischen, sehr leistungsorientierten Lebensstil. Und da eben, also ganz wichtig auch war für mich, eine Mittagspause zu haben, Mittagspause einzuhalten und generell das Thema Schlaf. Also wirklich eine Schlafhygiene zu haben, zu sagen, ich habe Praktiken, wo ich sage, da komme ich abends runter, da kann ich loslassen, dann kann ich gut schlafen, viel schlafen, viel schlafen. Oh, man muss viel schlafen. Genau, und auch so Dinge zu achten, wie, dass man zum Beispiel zur selben Zeit ins Bett geht, dass man immer gleich viel Schlaf bekommt, dass man, genau, gut abschalten kann, dass man auch lernt, Nein zu sagen. Und ja, also einfach so Dinge, Grenzen zu setzen, sich auch zu erlauben, unperfekt zu sein, das war auch für mich einfach so ein Thema. Okay, ich muss nicht immer leisten und ich kann, muss nicht immer so oder so aussehen oder so oder so sein. Und gerade als Frauen, auch wenn man sehr diszipliniert ist, da einfach auch diese, so eine Weichheit und Sanftheit zu entwickeln. Genau, das passt eigentlich sehr zu meinem nächsten Punkt, Leistungsanforderungen loslassen, also diese krasse Disziplin, dieses, unsere Gesellschaft ist sehr nach männlichem Prinzip orientiert, was sehr auf Leistung und auf Tun ist. Und das ist für uns Frauen manchmal sehr schwer, weil die weiblichen Qualitäten eben mehr so dieses ist, auch mal weich zu sein, sanft zu sein. Eher so diese Verbundenheit und Schönheit und Intuition und da wirklich auch sich zu erlauben, ich darf sanft sein, ich darf schwach sein. Und ich glaube, das ist auch so eine generelle Einstellung, die sich entwickeln kann, die so krass viel bewirkt dazu, dass man seine Periode, seine Tage wieder bekommt. Also ich habe wirklich für mich in meiner Story festgestellt, es kommt mehr auf das Innere drauf an. Klar, ich kann mit Ernährung, mit Kräutern und so weiter was machen, aber diese wirklich, diese innere positive Einstellung zur Periode, das ist, glaube ich, voll der springende Punkt. Und eben auch diese seelischen Stressoren und Gedankenmuster für sich selber anzuschauen. Also vielleicht auch therapeutische Begleitung sich zu suchen und eben diese Themen, die da mit reinspielen, so wie erlebe ich mein Frau sein, was für ein Körperbild habe ich, wie sehe ich mich, darf ich auch mal sanft und schwach sein, was für Erwartungen habe ich an mich oder an meinen Körper, wie denke ich, muss ich aussehen, muss mein Körper sein. Auch diesen Optimierungszwang irgendwie, wie unsere Körper aussehen müssen, das mal loszulassen, zu sagen, hey, ich bin gut so, wie ich bin und ich kann mich so annehmen und dann kann auch wieder das andere mehr fließen. Dann der nächste Punkt ist Selbstliebe, Selfcare und MeTime zu kultivieren. Das war auch was, was ich voll lernen musste, was ich irgendwie vorher nicht so eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Also mir Zeit für mich zu nehmen, allein mit mir zu sein, schöne Dinge mit mir zu machen, mir einfach mal Massagen zu gönnen, in die Sauna zu gehen, Egel lackieren, Gesichtsmasken, baden gehen oder einfach so Kaffee-Date mit mir alleine ins Café gehen. Und einfach, ja, so diese Selbstliebe und auch so für sich selber dieses Genießen, dieses, ich gönne mir was für mich. Ich glaube, das ist auch voll schön, wenn wir das lernen und dass das auch etwas mit uns macht, auf tiefer Ebene. Ja, was hat dich noch generell? Dankbarkeit für die Periode und die Gebärfähigkeit entwickelt. Eine positive Einstellung. Genau, also einfach dieses, ich bin dankbar, dass ich eine Frau bin, dass ich Lehm in mir tragen kann irgendwann. Dass, ja, diese Gebärfähigkeit, diese Schöpferkraft, was dahinter steckt, so auch sich, ja, mit der Gebärmutter und der Weiblichkeit so zu verbinden, sage ich jetzt mal. Also, genau, ich habe ja auch sehr viel dafür gebetet, die Hände aufgelegt, wirklich, ja, genau, so eine Verbindung eben zum Körper und auch zu den weiblichen Organen, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Als fast letzter Punkt habe ich natürlich noch die Kräuter. Natürlich, muss ja sein, weil ich bin ein großer Kräuter-Fan und die wirken sehr unterstützend. Und das ist das, was in unserer unmittelbaren Umgebung wächst, was es gibt, wo wir uns bedienen dürfen. Ja, jedes Kraut hat tolle Wirkungen. Genau, und da gibt es verschiedene Anwendungen und Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich mir ein Elixier gemacht, Femini Mood. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und habe mir so eine Kräuter-Tinktur angesetzt. Balance Your Cycle mit Schafgabe, Rotklee, Johanniskraut, Beifuß, Gänsefingerkraut. Ich glaube, wäre jetzt zu viel ins Detail, wenn ich jetzt zu jedem Kraut die Wirkung noch erkläre. Aber genau, ich habe mir eben die Kräuter für mich gesammelt und einen Auszug gemacht. Und diese Tinktur, ich glaube, ein halbes Jahr lang jeden Tag, zweimal am Tag Tropfen genommen. Und ich finde die da Hammer. Tee ist auf jeden Fall auch noch was, was sehr unterstützend wirkt, sehr hilfreich ist. Genau, ich habe, glaube ich, jetzt hier Gänsefingerkraut, Schafgabe, auch ein bisschen Lavendel, ein bisschen Rosenblätter noch mit drin. Und kann man wirklich auch sagen, man trinkt jeden Tag ein bis zwei Tassen. Mal auch für einen Zeitraum von drei Monaten, vier Monate, während der Menstruation. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr tolle und unterstützende Möglichkeit. Mönchspfeffer ist auf jeden Fall auch ein Kraut, was uns sehr helfen kann. Ich habe das auch genommen, um den Zyklus, die Periode auch regelmäßig zu bekommen. Aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Ätherische Öle ist auf jeden Fall auch was, was uns sehr unterstützen kann. Ich habe viel mit Lavendel, mit Rosmarin, mit Mönchspfeffer auch gearbeitet. Als Massage kann man das gut benutzen oder eine Öllampe, einen Diffusor. Dann Yoni-Steaming. Das ist auch eine Methode, wie man mit Kräutern arbeiten kann und eben die Wirkstoffe der Kräuter, wie die vom Körper aufgenommen werden können. Das ist einfach so, dass man zum Beispiel einen Topf nimmt oder es eigentlich ein Dampfbad mit Kräutern, wo man sich eben drüber setzt. Und so können die Wirkstoffe von den Schleimhäuten aufgenommen werden. Und es ist auch was, was voll die Durchblutung fördert, was sehr reinigend ist, stimulierend. Das habe ich auch, ich glaube, zwei, drei Monate gemacht. Ich mache das auch ab und zu immer mal wieder. Genau, die Luna-Rezeption. Das bedeutet, dass man sich am Mond orientiert. Und das ist nichts, ja jetzt, komisches oder so, sondern es ist wirklich so, dass man weiß, dass Licht uns sehr beeinflusst und auch das Mondlicht uns beeinflusst. Und zum Beispiel auch in Naturvölkern weiß man, dass die Frauen mit dem Vollmond ihren Eisprung hatten oder haben, wo nicht viel Lichteinfluss ist. Ist das auch heute noch so, also nicht viel künstliches Licht. Und die Menstruation dann bei dem Neumond kam. Und das war für mich so, als ich meine Tage nicht hatte, war ich dann auch so, okay, woran kann ich mich irgendwie orientieren? Dann hat mir auch jemand den Tipp gegeben, hey, orientier dich doch einfach am Mond und überleg dir einfach, hm, okay, wenn zum Beispiel Vollmond ist, oh, jetzt könnte ich meinen Eisprung haben. Wenn Neumond ist, jetzt wäre vielleicht meine Menstruation da. Und dass man schon so gedanklich einfach diesen Zyklus mitdenkt. Und es ist einfach krass. Ich kann nur sagen, bei mir ist es so, dass es sich genauso eingestellt hat. Ich habe immer zu Vollmond den Eisprung und menstruiere immer zu Neumond jetzt. So, seitdem ich das vorher in Gedanken gemacht habe und jetzt wirklich meine Periode habe, ist es so. Und es ist auch was, wo man mitarbeiten kann, sage ich mal. Ja, dann der allerletzte Punkt ist Geduld, Geduld, Geduld. Also einfach geduldig zu sein. Es dauert wirklich mindestens ein halbes Jahr, sechs, sieben, acht, neun Monate, wenn man diese ganzen Dinge anwendet, wenn man seinen Lebensstil ändert, bis sich das auf den ganzen Körper, Seele, Geist auswirkt. Und da will ich dich wirklich so ermutigen, wenn du deine Tage nicht hast oder so unregelmäßig wirklich Geduld zu haben, diese Praktiken anzuwenden und einfach in dieser Zeit so eine Freude für deine Weiblichkeit zu entwickeln und diese weiblichen Eigenschaften, die ich vorhin schon genannt habe, echt zu feiern. Also diese Intuition, Weichheit, Sanftheit, die Schöpferkraft, Kreativität, Sensibilität, die Verbundenheit, die Schönheit und wirklich von diesem Tun, Tun, Tun ins Sein kommen, dieses zyklische Leben und wirklich diese inneren Jahreszeiten zu leben, die wir haben und da reinzukommen. Und ich glaube, dazu mache ich vielleicht nochmal extra ein Video. Ja, und ich bin echt vollkommen davon überzeugt, dass wenn wir diesen weiblichen Qualitäten mehr Raum geben und uns das mehr erlauben, wirklich zu sein, schwach sein zu dürfen, auch einfach uns mal rauszunehmen, wenn wir unsere Tage haben, ja, dass unsere Krämpfe, Beschwerden, PMS und so weiter echt dadurch viel, viel, viel reduziert und gemindert werden kann. Und ja, soweit war das mal meine Story, meine Tipps und Praktiken, die man anwenden kann und ich will dich wirklich ermutigen, dir die Zeit zu geben, die du brauchst, auch dich mit dir selber und mit deinem Körper auch einfach, ja, zu beschäftigen und wünsche dir einfach alles Gute auf deinem Weg und bis zum nächsten Mal. Und mir ist gerade noch eingefallen, dass ich zwei richtig coole Bücher habe, die ich noch empfehlen möchte und zwar ist es einmal dieses Die Kraft deines Zyklus, ein Leben im Einklang mit den weiblichen Jahreszeiten, selbstbewusst und stark durch die Weiblichkeit. Krass, gutes Buch, hat mir so geholfen, so cool geschrieben, fand ich richtig gut. Und dann noch, das habe ich auch gelesen, benutze ich jetzt auch immer noch sehr gerne, das ist Eat Like a Woman, das ist eher einfach ein Rezeptbuch, aber ja, mit coolen Rezepten und Tipps und so weiter, einfach auch für das Frau sein und für das ganze Thema und ich habe noch gelesen, wie hieß das, No Period, So What oder so, das habe ich jetzt gerade verliehen, aber das verlinke ich unten nochmal, das ist auch ein Hammerbuch. Genau, ciao!